Hörbücher sind das Erdöl des Webzeitalters. Hörbücher sind das Erdöl des Internetzeitalters. Warum haben Sie noch nicht mit den Bohrungen begonnen? Liegt es vielleicht daran, dass Sie die wirtschaftliche Bedeutung von Hörbüchern unterschätzen? Dann googeln Sie doch mal. Sie werden staunen, was Sie über die sagenhaften Wachstumsraten von Hörbüchern erfahren werden. Kurz gesagt, der Markt für Hörbücher ist ein Bombenmarkt. Und er wird auch das noch für sehr, sehr lange Zeit bleiben. Waren es früher nur ganz wenige Titel, die den Weg von der Papierform zum Audio-CD oder zum MP3-File gefunden haben, so werden heute so gut wie alle Buchtitel selbstverständlich als Hörbücher angeboten. Also nicht nur Romane, Gedichte oder andere Belästricktrick. Nein, auch Sachliteratur geht inzwischen auch über das Ohr. Und damit Ihr erstes eigenes Projekt in Sachen Hörbücher nicht ins Auge geht, habe ich für Sie diesen Ratgeber geschrieben. Ein solches Buch werden Sie auf dem gesamten deutschen Buchmarkt kein zweites Mal finden. Seine Vorzüge? Es ist komplett. Ich zeige Ihnen hier von A bis Z, wie Sie in kürzestmöglichster Zeit perfekte eigene Hörbücher produzieren. Und zwar bei Ihnen zu Hause. Sie brauchen kein Tonstudio. Ihre Hörbücher nehmen Sie ganz einfach an Ihrem Personalkomputer auf. Sogar, wenn der schon seinen Zenit etwas überschritten haben sollte. Denn mehr als eine Soundkarte und ein halbwegs gutes Mikrofon brauchen Sie nicht. Nicht zuletzt zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre eigene Stimme rasch so schulen können, dass Sie Ihre Literatur und Textvorlagen selber zu einem Hörbuch aufbereiten können. Keine Angst. Wenn Sie partout Ihre eigene Stimme misstrauen wollen, so zeigt Ihnen dieses Buch auch für dieses Problem einen eleganten Ausweg. Und wenn Sie Ihre ersten eigenen Hörbücher dann auf den Markt bringen wollen, können Sie in diesem Ratgeber nachlesen, wie Sie das am effektivsten tun. Profitieren Sie hier von meiner jahrelangen Erfahrung als Internetwerbetreibender. Es ist leicht verständlich. Es ist völlig klar, dass Ihnen der Respekteinflüsse der Begriff namens Hörbücherproduktion vielleicht sogar ein wenig Manschetten bereiten wird. Keine Sorge. In diesem Buch wird Ihnen alles, aber auch alles bis ins Kleinste erklärt. Und das ohne die gefürchteten Fachbegriff-Keule. Es liefert Ihnen eine höchst professionelle Audiobearbeitungssoftware. Völlig gratis. Mit diesem Programm können Sie Ihren PC oder Mac im Handumdrehen zu einem Tonstudio ausbauen, das sich hinterher professionellen, echten Tonstudios in keinster Weise zu verstecken braucht. Zugleich aber ist die Software einfach zu bedienen. Und überdies liefert Ihnen mein Buch eine Liste mit Insider-Tipps. Damit haben Sie diese Audio-Software in Minuten schnell im Griff. Also grämen Sie sich nicht länger darüber, dass andere immer die Millionen-Euro-Ideen entwickeln und sie leer ausgehen. Super Profit mit Hörbüchern. Das ist Ihre ganz persönliche Millionen-Euro-Chance. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Das ist Ihr Wolfgang Grademacher.